ja hi pyrus ich habe einen neuen prospekt für euch es ist der havo markt ja ihr habt auch hier die möglichkeit euer feuerwerk online reservieren zu lassen in einer beliebigen fiale abholen zu können wir haben hier die atom zu beginn für 25 schuss zeigte hier drei euro das ist zu viel daneben für 15 schuss 5,99 piranha das ist die umgelabelte alligator und jeder weiß die alligator kostet 3,99 und hier für 5,99 ist echt schon frech ebenfalls die fast and furious ist eine frechheit die kostet 3,99 das ist nämlich die poison beziehungsweise reno arthos und wie auch immer sie sonst überall heißt die gravity müsste die discovery sein auch zu teuer dann haben wir hier zwei ganz komische dinge das ist die hellkeit ja und die lust feiern daneben haben wir die proteus oder pro toys power flash definitiv nicht mitnehmen ist zu teuer screaming grizzly kann diejenige mitnehmen oder derjenige der halt diese heuler batterien mag ihr habt ihr 300 schuss für 8,88 ob die noch mit plastik sind weiß ich nicht man erkennt hier auch nichts und man hat auch leider keine bilder bei so wirklich dann das fantastico das kann man stehen lassen ihr habt hier sechs raketen paar aufstiegseffekte ja bisschen jugendsortiment börder und ruhig ist dann eher zum fire fantasy greifen empire klingt verlockend 27 raketen für 20 euro haben aber nicht alle in zerleger teilweise auch ganz schön kleine raketen last liegen kabarett ebenfalls zehn raketen für zehn euro auch nicht alle mit einem zerleger all inclusive 120 für 23 euro great balls of fire für vier euro würde ich auch liegen lassen daneben kommen paar böse artikel das ist die böse sekretärin und die böse nachbarin die gold da spreche ich eine empfehlung für aus django wiederum nicht dann kommen hier die verbünde el patron coloreado oder colorido weil colorado wird es wahrscheinlich nicht heißen desperado napolis noise oder noisy evo bomber dann haben wir hier unten das fuchs listig herbstnacht lustschloss liebe funken also das sind irgendwie so ganz komische namen bei diesen teilen ich weiß auch nicht was das so wirklich sein soll ja dann haben wir hier nitro böller ein sortiment was ich liegen lassen würde das ist genauso wie das aus dem nidl dieses wie heißt es denn gleich das kostet 2,99 da habt ihr auch 120 von diesen ekligen mini knallern drin auch super böller den riesen china böller d von weko den schinken 80 stück muss jeder selber wissen ob er den einmal mitnehmen möchte ja kann man aber für den preis jedenfalls einmal machen aber mehr würde ich dann auch nicht für zahlen kometenrohr mit acht schuss da bin ich mir unsicher was das jetzt genau ist ob das jetzt ein röli mit zerleger ist oder ohne weil hier ist auch echt gar nichts angegeben ja aber wegen der effekte 35 meter gehe ich mal davon aus dass das mit zerleger ist ja dann haben wir jetzt noch ganz normale röli's 20 stück nee zwei stück hier 20 schuss kann man definitiv mal mitnehmen zum testen kann man nicht viel falsch machen kommen wir zur zweiten seite da war das lightstars haben wir wieder verbünde hot scarface und die nitro box ja daneben bumblebees spreche ich eine kaufe empfehlung aus schaut euch aber das video vorher an aber für den preis ist das hier an sich zu viel aber in anderen läden definitiv eine kaufe empfehlung magic cube erwartet nichts jedenfalls nicht viel ihr seht schon hier die effekte es ist nichts berauschendes ja ein bisschen cut 1 und tischfeuerwerk da gehen wir nicht drauf ein schon wieder verbund scissor man 50 euro den bürgermeister verbund für 60 euro den bösen opa und die böse oma ja an den quäckel geht böse schwester für 5,99 unternehmen die palms für 2,99 für die palms spreche ich eine empfehlung aus aber wie immer geht auch selbst vorher einmal angucken ja dann gucke ich mal eben hier noch ob wir hier irgendwas vergessen haben weil das hier irgendwie immer ganz komisch angeordnet ist bei diesem laden ja gucken wir mal hier eben rein ob wir hier auch alles haben naja das ding hatten wir zum beispiel schon mal nicht touch of gold ist aber keine kaufe empfehlung würde ich liegen lassen dann gucken wir mal eben bei den raketen ja das hatten wir zum beispiel auch nicht space mission aber auch auch an sich nichts besonderes 12 raketen für 17 euro nicht alle mit zerleger liegen lassen dann mehr licht und leuchtfeuerwerk lassen wir uns das mal anzeigen da haben wir uns alles angeschaut ihr seht schon der laden hat eine ganz komische anordnung seiner sortimente also ja abschließend bleibt zu sagen ruhe durch euer feuerwerk lieber woanders definitiv zu teuer lasst die hände weg geht lieber in den nidl oder in den aldi da habt ihr definitiv besseres angebot dann bedanke ich mich an der stelle auf jeden fall für das zusehen abonniert doch meinen kanal falls nicht schon getan lasst mir ein like auf das video da schreibt mir gerne einen kommentar und ja wir sehen uns beim nächsten prospekt wieder und 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 und